Hallo und da sind wir wieder in der Geschichte im Vorgebirge des Hügellands. Beim letzten Mal wurden wir in die Schlickfelder geschickt, zu Aufseher Stillwasser, der nur ganz minimal verdächtig wird. Und wir ein Tagebuch von einem seiner Opfer gefunden haben, welches fragwürdige Dinge an den Tag gelegt hat. Aber ich versuche einfach mal weiter mit seiner nächsten Quest. Junger Mann gesucht. Erst gestern habe ich ihn losgeschickt, um den Hof östlich von ihr zu untersuchen, aber es kommt mir vor, als sei er seither eine Ewigkeit vergangen. Wahrhaftige Perfektion. Wie seine blonden Locken sein perfektes Blutelfengesicht einrahmen. Und so stark. Ich wollte ihn nicht losschicken, aber er verstand darauf. Wie hätte ich ihm das abschlagen können? Leider ist der arme Johnny Imbar noch nicht zurückgekehrt. Ich befürchte, dass Simson erlos. Findet ihn. Natürlich Johnny Imbar. War klar, dass wir den auch nochmal treffen hier. Den Rich Boy. Locken wir einfach mal, glaube ich, außen rum. Und da hinten levelt ja nochmal einer. Gucke an. Wir sind hier nicht allein. Ein Level. Lol, auch 27. Lustig. So, Johnny Imbar. Ihr da. Ja, ihr, Magier. Ich bin gegen meinen Willen gefangen geworden und illegalerweise vom Aufzeiger Stillwasser eingesperrt worden. Holt mich aus diesem Kehweg raus und ich werde euch alles erklären. Ist das Stillwassersplan, mich zu folgern, bevor er mich tötet? Was ist euer Begehr? Johnny schluchzt und lauft Glitzer. Ja, das hat sie getötet. Johnny weint weiter. Oh, er hat seine Maus verloren. Freiheit für Lüdern. Das hier ist kein Hof. Stillwasser hat an den Menschen vom Hügelandhof fest. Willst du einen Taschentuch kleiner? Würde das alles besser machen. Irgendwie süß. Ähm, was, wo waren wir? Ah, das hier ist kein Hof. Stillwasser hat an den Menschen vom Hügelandhof Experimente durchgeführt. Diese Monstrositäten hier sind alles seine Schöpfungen. Das ist nicht das Schlimmste daran, Magier. Diese Entartungen, die den Schlüssel zu meinem Käfig haben, sind ehemalige Verlassene. Stillwassers Experimente haben die Nebenwirkungen, Verlassene in hirnlose Zombies zu verwandeln. Oh, na toll. Warum glaubt ihr, dass er so viel Angst davor hat, dass dies hier rauskommt? Er weiß, dass das so ein Verbrechen mit dem endgültigen Tod bestraft wird. Holt mich hier raus. Die Infizierten Schlickwachen dort draußen haben den Schlüssel. Okay. Mich würde aber interessieren, ob hier oben noch irgendwas ist. Ups, hängengeblieben. Ähm, ne, nur ein Bettchen und zwei Säge. Okay. Dann. Dann, dann, dann tun wir doch einfach mal versuchen, diesen Schlüssel zu kriegen. Ähm, ja. Sind diese Infizierten Schlickwachen? Ja, man sieht, die haben diese Teile, die die Verlassenen, äh, auf dem Rücken getragen haben, auch. So, jetzt tun wir mal ein bisschen mehr pullen, glaub ich, oder? Äh, okay, ne, doch nicht. Lijons Käfig-Schlüssel. Ja. Gut, gibt's nichts dazu zu sagen. Findet den Schlüssel. Hier ist er doch. Lila nimmt den Schlüssel von euch entgegen. Ich hielt es mir selbst auf. Danke. Ich war noch nie so wütend. Stillwasser wird nicht davon kommen. Ich werde seinen Kopf, der Banshee-König, persönlich vor die Füße legen. Ihr und ich, wir werden zusammenarbeiten, Lilaus. Ich weiß nicht, was mit dem hier ist, aber ich würde es bevorzugen, wenn er hier bleibt. Kann ich nachvollziehen. Hä? Ähm, ah. Ihr werdet mich hier nicht mit dem, äh, nicht zum Froten zurücklassen. Nehmt mich mit euch. Na toll. Notfallregelung. Bevor der Aufseher sein Fett wegkriegt, müssen wir uns um diesen Ausbruch kümmern. Wir können es nicht riskieren, diesen Erreger auf die Welt loszulassen. Ihr Arbeitsquartier direkt nördlich von hier treibt sich eine Monstrosität herum, die von Stillwasser aus drei Bauern zusammengeflickt wurde. Dieses Ungeheuer muss zerstört werden, denn wir, denn, was, wenn wir die Schlickfelder sichern wollen. Die Notfallregelung verlangen es so. Okay. Was tötet die Ray-Gets-Kalabra-Monstrosität? Krasser Name. Für Glitzer. Aufseher Stillwasser hat mich ins Feld geschickt, um diesen Ausbruch zu untersuchen. Als ich hier ankam, sind Glitzer und ich von dieser schwerfähigen Monstrosität namens Warrington angegriffen worden. Ich fiel von Glitzers Rücken und rannte sofort um mein Leben. Glitzer hielt aber die Stellung und hielt das Biest auf. Leider wurde sie aber überwältigt und anschließend in den Boden gepflanzt. Als wäre sie so eine Art glorreicher Sternenpony-Setzling. Wow. Sie hat ihr Leben gegeben, um mich zu beschützen. Ich will Rache. Wenn ihr es nicht... Was? Wenn ihr nicht... Was? Wenn ihr es nicht... Für nichts anderes tun wollt, dann tut es für Glitzer. Tötet Schmied in Warrington. Okay, das sind wahrscheinlich dann diese beiden großen Monstrositäten, von denen sie eben gesprochen haben. Oh ja, ihr seid aber flicke unterwegs, wenn ich hier am Mountain bin. Oh ja. Oh. Ähm. Ja. Das ist auf jeden Fall die Monstrosität. Ich würde sagen, da ziehen wir dann doch mal ein bisschen hier Spiegelbilder. Das Ganze ein bisschen zu beschleunigen. Aber die geht ganz gut down. Ja, easy. Der Apotheker-Meiser tankt auch gut. Wird mich aber mal interessieren, ob man dann irgendwo auch dieses Sternen-Pony-Setzling-Gedöns sieht. Also hier sehe ich es ja nirgends. Und ich will jetzt auch nicht so lange hierbleiben, bevor das Vieh wieder respawnt. Jetzt muss man lieber den da oben noch wegkauen und dann tun wir gleich die andere Quests abgeben. Ja, der ist ja easy. Bam. Und hier oben ist auch kein Sternen-Pony-Setzling, oder? Nee. Schade. Ein bisschen makaber, dass ich danach suche, aber was soll's. So. Johnny. Sie bekommt jetzt in... Sie kommt jetzt in den großen Pferdehimmel in den Sternen. Wir werden dich niemals vergessen, Glitzer. Niemals. Von wem haben wir gerade gesprochen? Notfallregelung. Sobald wir uns um die restlichen Untoten gekümmert haben, ziehen wir Stillwasser zur Rechenschaft. Uferbach muss sterben. Magistrat Uferbach war eins der Bürgermeister dieser Gegend. Zu Lebzeiten war er ein mächtiger Gegner in der Schlacht um das Hügelland. Im Untod wird er unsere Fähigkeiten sicher auf die Probe stellen. Uferbach kanalisiert mächtiger Arkanemagie im nordwestlichen Feld der Schlickfelder. Füllt uns dorthin und gemeinsam werden wir seiner Herrschaft ein für alle Mal ein Ende bereiten. Okay. Dann töten wir auch noch den letzten. Das ist der Dude hier. Oh. Ähm. Das wollte ich eigentlich rausschneiden. Mist. Okay. Warte, er ist auch frustriert. Erblickt nun das Ergebnis eurer Einmischung. Verbrennt in meinem Hass. Äh. Nö. Ich friere dich eher ein. So. Easy. Jetzt lassen wir Aufseher-Stillwasser-Gerechtigkeit erfahren. Sag mal. Hört ihr mal aufhören mal zu verschwinden? Ah, wir wurden gefaced. Ah. Jaja, jetzt respawnt hier auch nichts mehr. Okay. Eine Seuche überzieht das Land. Nur da der Ausbruch des Untodes eingedämmt wurde, ist es an der Zeit, Aufseher-Stillwasser und seine Gefolgsleute zur Rechenschaft zu ziehen. Auch wenn wir eine Tragödie verhindert haben, deren Ausmaß der Invasion der Geiste geglichen hätte. Yo, jetzt übertreibt man nicht. Müssen wir sicherstellen, dass so etwas nie wieder geschehen kann. Sie werden alle den wahren Tod erleiden. Kommt, na los. Ich will Stillwasser-Kopfrollen sehen. Okay. Dann tun wir uns mal Stillwasser vorknöpfen. Oh. Ähm. Ja, ich möchte eigentlich die gesamte Unterhaltung mitbekommen, wenn er da ist. Dann machen wir mal ganz kurz einen Cut, bis er respawned ist. 3, 2, 1. Oh. Und da steht er schon wieder. Dann gehen wir doch einmal zu ihm. Natürlich zwar die Leiche von ihm, aber... Naja, was soll's. Das ist jetzt halt so. Lülon, am Leben? Nun weiß ich, wem eure Realität gehört, Nerlos. Ja, eindeutig nicht dem Verrückten. Und ihr, Jenny? Ich dachte, zwischen uns bestünde eine Verbindung. Das war das letzte Mal, dass ihr mein Herz gebrochen habt. Jenny? Aufseher Stillwasser. Ihr seid geistgestört und eine Bedrohung für unsere Art zu leben. Mit Genehmigung der dunklen Fürstin selbst verhänge ich hiermit die schwerste Strafe, die das Recht der Verlassenen vorsieht. Den wahren Tod. Und das gilt auch für den ganzen verräterischen Abschauen, der diesen Narren unterstützte. Kniet nieder! Oh, bedrohliche Lache. Ich bin eine Bedrohung. Ich bin geistgestört. Ja, bist du. Was ich hier geschaffen habe, ist Evolution. Auf diese Art werden die Verlassenen gedeihen und aufblühen. Nicht durch irgendeine magische geflügelte Fee, die Glücksstaub über Leichnamen streut. Ich glaub nicht, dass das so funktioniert. Tötet sie alle. Sie werden als meine Versuchsobjekte für meine nächsten Untersuchungen dienen. Ähm. Okay. We have a little problem here. Boah! Ihr glaubt, ihr hättet gewonnen? Denkt besser nochmal. Steht vor meiner neuen Gestalt und er zittert. Was zum Fick hat der mit sich gemacht? Ja. Komm. Danke. Hier ist ein bisschen staubig. Äh. Seuchenschleim. Kopf von Aufseher Stillwasser. Schwendet nicht meine Zeit, Neros. Tue ich doch nicht. Ich werde diesen Kopf persönlich der Banshee-Kirpigen überbringen. Natürlich werde ich eure Rolle bei all dem erwähnen, Neros. Was eure Belohnungen betrifft, nehmt euch aus Stillwassersvorräten, was immer ihr wollt. Ihr habt es euch verdient. Danke. Ärger in Süderstaat. Ich war in Süderstaat stationiert, bevor man mich gefangen genommen und eingesperrt hat. Bei den Ruinen habe ich in erster Linie Schlammproben entnommen und sichergestellt, dass die Seuche, die wir freigesetzt hatten, sicher verbreitet wird. Das wäre ohne die ständigen Angriffe der Worgen eine leichte Arbeit gewesen. Ich möchte, dass ihr euch nach Süderstaat begebt und nach einem Lehrling Search Hinnort sucht. Ich muss wissen, ob es ihm gut geht und er muss wissen, dass ich zurückkommen werde, wenn meine Arbeit hier beendet ist. Die Ruinen von Süderstaat sind in der Nähe der Küste, südöstlich von hier. Ja, Süderstaat, einst eine Stadt der Allianz, bis vor Cataclysm, wurde dann aber, wie bereits erwähnt, von den Verlassenen eingenommen. So, dann reisen wir auch einmal dahin. Müsse ich ja gar nicht so weit weg. Außer, dass die Reihgeschwindigkeit ein bisschen zu wünschen übrig lässt. Aber, wir werden ja bald Level 28 werden. Und dann sind es noch zwei Level, bis wir fliegen können. Hey, sind wir auch nicht mehr weit von entfernt. So, oh, Worgen. Ne, 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 ne. Lass mal, lass mal gut sein. Ah, ich hätte vielleicht einfach auf dem Weg bleiben sollen. Ja. Das war wieder mal mein Gedanke. Ich könnte einfach was abküssen. Zu viel zu abküssen. So, und dann sind wir auch schon bei den Ruinen von Süderstaat. Ja, das sieht auf jeden Fall, ähm, nicht mehr so malerisch aus, wie es einst war. So, Surge, was geht? Und wer seid ihr? Ach, Lehrer und nicht Lehrling. Hab ich mich verlesen? Ach, egal. Noch eine Störung. Wie soll ich denn so bitteschön arbeiten? Nein, darauf müsst ihr nicht antworten. Sehe ich etwa so aus, als ob mich interessieren würde, was ihr zu sagen habt? Wenn ihr diesen Ort jemals aufgeräumt bekommen und unser Imperium ausweiten wollt, äh, was? Und unser... Ach, wenn wir. Egal. Dann brauche ich absolute Ruhe. Ärger in Süderstaat. Die Situation mit den Worgen hat sich nicht verbessert und Helkula macht mir echt Angst. Okay. Studien der Tödlichkeit. Wir haben einen ziemlich mächtigen Erregerstamm der Seuche gegen die Menschen in Süderstaat eingesetzt. Und wie ihr seht, hat es wunderbar funktioniert. Das Problem beim Einsatz der Seuche ist jedoch, dass sie, nachdem sie ihren Zweck erfüllt hat, nicht so einfach verschwindet. Ich möchte, dass ihr diese Testausrüstung nehmt und eine Tödlichkeitsanalyse an den Seuchenschlamm vornehmt, den wir in der Gegend ausgesetzt haben. Benutzt den Ködlichkeitsanalyseator am Seuchenschlamm, der in den Schleimpfützen umherschleimt. Kehrt zu mir zurück, wenn ihr ein paar handfeste Daten gesammelt habt. Sammelt 250 Seuchenproben. Jo. Ah, und der hat noch nicht was. Denk grün. Recycling. Das ist in letzter Zeit in aller Munde. Die Banshee-Königin hat befohlen, dass wir Ressourcen schützen müssen, wenn wir als Volk aufblühen wollen. Und jeder muss schließlich seinen Teil beitragen, nicht wahr? Eine wahre Worte zum Thema Recycling. Also werdet ihr unseren Teil für uns erledigen. Ja, das habe ich auch schon mal gehört beim Recycling. Es liegen bestimmt tausende von Seuchenkanisterteilen in ganz Südostade verstreut. Wir können diese Kanister gut für weitere aufregende Seuchenangriffe nutzen. Geht einfach in die Ruinen hier und nehmt alles mit, was ihr finden könnt. Jo, okay. So, was ist mit Helkula? Der Zweiequest. Mit der Zeit werden wir diesen Ort neu aufbauen und ihm seine frühere Herrlichkeit wiedergeben. Minus all die nervigen Menschen. Fair. Helkulas' Rute gibt. Kaum vorstellbar, dass ich Meister der Totenbeschwörung und Schülerkeitssatz... Moment mal! Du gehörst aber nicht zur Geissel, oder? Selbst nur noch eine Leiche in einem Grab sein sollte. Achso, er wurde getötet. Zum Glück fand mein geistreicher Novize Taiwan eine Gruppe von Helden, die das hier wieder beschafft haben. Helkula zieht seine Rute hervor. Durch die Macht der Rute konnte ich wiedergeboren werden. Die Rute gibt und die Rute nimmt. Nun benutzt sie, um unsere dunklen Waldläuferinnen zu stärken. Die sich auf dem Feld nördlich von uns eine Schlacht mit den Worgen liefern. Erneuert ihre Lebenskraft mit meiner Route. Und Helkulas' Befehl. Unsere dunklen Waldläuferinnen suchen die Felder nach Attentätern der Worgen ab. Diese Worgen wurden von ihren dunklen Meistern ausgesandt, um uns zu jagen und zu töten. Und obwohl unsere dunklen Waldläuferinnen, das ist übrigens ein furchtbares Wort, ausgezeichnete Käpferinnen sind, greifen die Worgen oft in Rudeln an, denen nicht einmal die stärkste Waldläuferin standhalten kann. Durchkämmt die Ruinen von Süderstaaten nach Blutfang verlassenen Jägern. Tötet alle, die ihr finden könnt. Für die Verlasserin und für Lordaeron. Ja, okay, ähm, da würde ich sagen, fangen wir doch erstmal mit der Geschichte, was die Waldläuferinnen angeht, an. So. Ah, ähm. Okay. Ja, dann, unsere Feinde werden untergehen. Äh, mit Sicherheit. Aber wenigstens kriegen wir dann auch die relativ schnell down, wenn die eh im Rudel angreifen. Oh, die, ähm, wird nicht mehr lange durchhalten. Gut. Gerade mal noch gerettet. So. Dann stärken wir auch dich. Ah, ich bin nicht dabei bewegen. Mist. Jetzt. Komm, danke. Unsere Feinde werden, also sagen wir schon mal. Ah, okay, da muss man ja gar nicht an Vision führen, das ist ja auch gut. Welch glorreiche, wunderschöne Macht. Ja, das ist jetzt aber mir ein paar zu viele gerade auf einmal. Okay. Hat gut geklappt. So. Da vorne ist noch eine, aber die haben wir schon gestärkt. Die da haben wir noch nicht. Und natürlich kommt dann auch gleich wieder einer von denen. Drei sogar. Okay. Dann. So Feinde werden, Feinde. Feinde werden untergehen. Hä? Ihr seid lästig. Ihr Drecksworgan. So. Gibt's hier nochmal irgendwo? Weitläuferinnen. Da ist noch einer. Auch wieder drei. Dann nehmen wir die eben auch mit. Drei Weitläuferinnen brauchen wir noch. Dann haben wir dies auch erledigt. Und der geht zu uns gut. Aber die kämpft ohne Waffen? Da fuck. Hat sie einen auf Mönch oder was? Sieg den Verlassenen. Ja, endlich mal wieder was Neues gehört hier. So. Ihr sterbt jetzt schön. Dankeschön. Und jetzt bin ich mir mal nicht sicher. Doch da oben ist nochmal eine. Und der müssen wir dann auch gleich in den Hintern retten. Ja. Das ist schon fies, dass die im Rudel angreifen. Diese Feiglinge. Okay. Hier haben wir noch irgendwo eine. Ich hasse Riesenspinnen. Haben wir noch irgendwo eine? Da ist noch eine. Hier haben wir noch nicht. Dann stärken wir die noch. Und dann machen wir einen Abflug. Geben die Quests ab. Und machen beim nächsten Mal weiter, würde ich sagen. Kriegen wir noch einen Plan. Weil ich glaube, die solchen Proben, das wird jetzt zu lange dauern heute. Ähm, wo war der Questgeber da oben? Aber guck mal, den alten solchen Kanister, den nehmen wir mal mit, wenn wir mal gerade schon da sind. Gebrauchte solchen Kanister. Mhm. Helkulas Route gibt. Wenn ich sagte, die Route gibt unseren dunklen Weitläuferinnen und Nymphen, unseren Feinden. Äh, wie ich sagte. Ja. Und Level 28. Nice. So, Helkulas Buffet. Wir hätten Blutfragen in Silberwald töten sollen. Mit seiner Schande, dass er noch am Leben ist. Und jetzt ist es noch eine größere Schande, dass wir bis jetzt noch keine Worgen in Untriff wandeln konnten. Es muss doch einen Weg geben. Was zum Lokta geht hier ab? Kurz bevor er hier ankam, traf ein Ork auf einen Frostwurm ein und verlangte, dass ich ihm zeigen sollte, wo die Neuen so abhängen. Unsicher wegen seiner Ausdrucksweise sagte ich ihm, dass er seine Pflicht als Mitglied der Horde erfüllen und sich um die Worgenbedrohung in dieser Gegend kümmern sollte. Er murmelte etwas davon, was zum Lokta eigentlich abginge und machte sich Richtung Süden zu den Docks ab. Allerdings, eigentlich kümmert es mich nicht besonders, wenn ein Ork plötzlich verschwindet, aber ich bin doch ziemlich neugierig, was das Abgehen und den Lokta betrifft. Findet es heraus. Das, ja, es ist Orkus, natürlich, wer auch sonst. Damit haben wir den letzten im Bund von unserer ersten Quest wiedergesehen. So, dann verteilen wir mal noch den tolle in Punkt. Was haben wir denn hier so schönes? Slow, Zeitverschiebung. Flimmeln ist ganz nice, ein zweites Blinzeln. Ja. Ja, das nehmen wir. Werde eine Diskussion. Ja. Und das war es aber auch dann wieder für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr ein Laster, Like und Abo für mich da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.